Weißt du, was mich als Kind so richtig, richtig doll geärgert hat? Wenn man mich Ariane Banane genannt hat. Das fand ich so richtig. Doch heute sehe ich das komplett anders. Da kann ich einfach drüber lachen. Humor ist immer eine sehr souveräne Antwort auf Beleidigungen. Letztlich ist es ja so, du kannst zwar nicht verhindern, dass dich jemand beleidigt, aber ob du dann auch beleidigt bist, das liegt letztlich einzig und allein an dir.